Okay, die kann ich nicht in Blut bringen. Außer den Hund vielleicht. Ja, tollwut, cool, er macht mehr Schaden. Oh, hier, einschüchtern. Schwächen erstmal schön. Brightflächig. Lass mal ein Kill machen. Blossoms. Ich bin nicht schön, ist nicht ganz schlimm. 6 bis 10 hier. Einmal die Bitter, danke schön, direkt mal 6 gehält, das ist schön. 5 bis 9. 9. Nämlich. Nämlich. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay, ich kann ein bisschen mehr Licht reingehen. Ballkampf und so. Sonst hauen die immer so krass zu. Ja. Alle getroffen, alle bluten. Nice. So wie ich das sehe. Und direkt nochmal 12 geheilt. Ja, das sind nicht möglich. Auch nur den anderen Nerven von der Markierer wäre schöner gewesen. Das wäre echt angenehmer gewesen. Ach man. So, die ist dran. Das Markieren würde ich sagen, wir nehmen dir einen Anlass. 3 bis 8. 3 bis 8. wobei ja, komm, markieren minus ausweichen, dann kriegt er dadurch, ok das ist ein Schüchter, ja genau erstmal die Waffen, die Gegner hier ok, jetzt können sie den auch nehmen, sehr gut O3 ja, der hat echt eine gute Rüstung, muss ich sagen hab so das Gefühl dass der einiges aushält so, jetzt gehen wir mal 5 jo jo die Brandmarke zu fetzen so so, gezeichnet also ich den zweiten Zeichen soll nicht voll trolle na komm neb ich ihn halt wenn er mal minus hat wenn wir den hier eher direkt teilen toll so gut war die Würfel jetzt auf alle ja mach mir nicht wieder Gifthau ja, da fast kein Widerstand dagegen und auch und auch oder wir gehen ja, hier hier und great ist der auf jeden die Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwas Sinnvolles benutzen könnte. Ich will mal eine Schaufel benutzen. Moment mal. Wie sie sitzen hier aus. Ein Hindernis. Ich benutze mal eine Schaufel. Mal sehen, was passiert. Okay, dann nicht. Ähm. Guck einfach so rein. Wuhu! Ich will jetzt mal campen. Ja, ohne Gesundheitsgewinn ist okay. An der Stelle. Alle Gefährten. Heilung um 35 Prozent. Brauchen wir jetzt nicht. Nein, Gefährte. Oh, na, na. Alle Gefährten. Stress. Stress. Das ist, glaube ich, plus Abwehr, plus Abwehr. Mhm. Mhm. Nur Selbststand 20 gedindert. Selbststand 20 gedindert. Aber ich kann überfallen werden. Die Schlicht. Aber du betest auf jeden Fall mal, Herr Alain. Nur selbst. Plus Prinzip, plus Schaden, plus Feindkampffähigkeiten. Komm. Gib ihm. Minus 2 Geschwindigkeit. Okay. 2, 3. Ja, ich will ihn jetzt nicht minus 200 Prozent LP geben, eigentlich. Nur für Stresslinderung, dann kann ich lieber das ja machen. Da habe ich auch minus Stress Schaden. Das ist zum Beispiel effektiver, finde ich. Hier. Und du kannst mal sie noch vor der Vergiftung bewahren. So, ruhen. So, das Grauener Ring trotzdem fühlt mich entspannt. Ich fühle mich stark und mächtig. Vorwärts. Wir sind gesegnet und die Furcht haben uns nicht übermacht. So, los geht's. Weiter geht's. Da, 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 da. Stopp, verdäuchte ich im Wald. Ich erkunde meinen eigenen Wald. Raumkampf. Raumkampf, Raumkampf, Raumkampf. Okay, den muss ich alles noch machen. Ähm. Jemand hat es kurz zurückgelassen, vielleicht ist es geflohen. Ein Schloss ist daran befestigt. Er hat volle Gegenstünde. Gegengift. Äh, alter Baum. Das war ich, glaube ich, hier mit Bandage, oder? Nee. Okay, verdammt. Heilkräuter? Nope. Mal reingreifen. Na gut. Jetzt hab ich meine Schaufel wieder. Ja, genau deswegen hab ich mir das mal aufgehoben. Warten sie, ist wieder schon mega viel Stress ausgebrochen. Nur weil die wieder zu dumm sind, dann hab ich erst mal nochmal so sagen, okay, ich bin satt. Das ist unglaublich. Ähm, Bluten? Ja, Bluten ist eine ganz gute Variante. Bluten ist eine ganz gute Variante. Ja, ich hab euch das. Ja, dann sind wir. Da ist noch geschwächt. Funktioniert. Wie meine heilerin vergibt sich, finde ich nicht so geil. So, Heilung, auf dich selbst. na gut, jetzt kommen wir eine Gruppenhaltung machen, da alle wissen was fehlt ähm, der geht nur noch einen LP, dann gehen wir den, oh nice für die Gerechtigkeit ähm, ja, egal, ich mach mal zu 21, oh, jede Menge Gold, Zeug ich hab aber keinen Schlüssel mehr, von daher einfach nur aufmachen und den normalen den halt nehmen ich decke so viel auf, das ist einfach nur krass G-Gift sofort, nö, kriegst du nicht oh, hier schaufel, zack das ist ein Licht und los geht's ah, ich hab kein heiliges Wasser dabei, äh, kein Dingenswasser dabei oh, die Viecher, oh, fuck 5 bis 11 6 sehr gut, 1 schon mal weg aber die verdoppeln sich halt jetzt immer, das ist so behindert wenn die anklären verdoppeln die sich, können die bluten fast nicht 5 bis 9 nice noch eins tot dann triffst du direkt nein schade so, jetzt hab ich noch nicht wieder zwei, wenn ich die Gegner nicht mehr? was war, warum? das ist ein Volk, wo die rauskommt okay, dann nicht so, jetzt hab ich noch mal, noch mal entdeckt geil es ist so dumm wenn du, echt, wenn du campst, wenn die so hungrig danach, das ist einfach nur dumm ich kann das Bild nicht mitnehmen ich kann das Bild nicht mitnehmen ich kann doch das Bild nicht mitnehmen na, was soll's dann halt ohne Bild äh, dich hab ich, den richtigen, so, ja, zack, entschärfen Moment, na, ich hab hier unten drauf gedrückt, weil ich ja, das heißt, ich kämpfe jetzt erstmal, äh, mit ziemlich wenig Licht so, ah, jetzt ist wieder halbwegs sinnvolles Licht so, jetzt kann ich mal das ja versuchen so, huu ähm, Hetzjagd wieder gib ihn agil den anderen Fluchwurker, jetzt kommen wir nach vorne, stimmt es wird von der vergiftet äh, war vielleicht nicht so gut dann Alter, wieviel Leben der schon verloren hat äh, debuffen immer erstmal debuffen so, hier, Heilung jetzt wär ein Crit hier geil gewesen also, die geben ihm ja noch ein bisschen so, hier, heil ihn wieder jawoll jetzt wurde gerade seine Hälfte des Lebens geheilt entspann dich mal sie markieren halt wieder das find ich jetzt gemein so, aber du gibst ihm jetzt mal 7 bis 6 zack die ganze Zeit nur auf den Heim was ist der eigentlich der hat doch hier erstmal über das kann man plus crit, plus Geschwindigkeit, Chance auf Tugend, erhaltene Heilung ah ok, der hat minus 3,3 Prozent Heilung ok gut zu wissen der hat der Schiff 9 bis 17, 9 bis 17, ja komm oh, er fehlt Arsch so, und gib ihm den Roll jawoll jawoll ausgewichen, das ist sehr gut und dann kommt die bist du in Ordnung ähm, wieviel Schaden machen Moment mal Stärkung 5 bis 8 ernst hier, das stärkt den Hund enorm